Liebe Studierende, willkommen zum siebten Podcast des Semesters. Nach der Einführung der Wärme als Übertragungsform der Energie wird auch die mechanische Arbeit von einem thermodynamischen Standpunkt aus definiert. Als Hauptthema der letzten Vorlesungen gelten die Innere Energie und der erste Hauptsatz der Thermodynamik und dessen Anwendungen. Für das Konzept der Arbeit greifen wir auf die Mechanik zurück, wo die Arbeit als Wegintegral der Kraft definiert wurde. Das Integral wird besser durch Einführung der Angriffsfläche A der Kraft umgeschrieben. Es folgt somit, dass die Arbeit von dem thermodynamischen Standpunkt aus dem Volumenintegral des Drucks entspricht. Es gilt als Konvention, Arbeit, die einem System zugeführt wird, ist positiv zu rechnen. Arbeit, die aus einem System abgeführt wird, d.h. die also das System verrichtet, ist negativ zu rechnen. Die Arbeit ist eben auch eine Übertragungsform der Energie. Wir haben dann zwei Typen von mechanischen Arbeit eingeführt. Die Verdrängungsarbeit, wo die Volumenänderung beim konstanten Druck erfolgt, und die Ausdehnungsarbeit, wo eine Volumenänderung auch eine Druckänderung mit sich bringt. Um die innere Energie eines Systems zu verstehen, haben wir erstens die Gesamtenergie definiert, die sich aus mehreren Teilenergien zusammensetzt. Wir erkennen die kinetischen Energien der Translation und der Rotation und die potenzielle Energie. Diese fassen wir als die äußere Energie zusammen. Die innere Energie ist dann gleich der Differenz zwischen gesamter Energie und äußerer Energie. In der innere Energie sind verschiedene Beiträge zusammengefasst. Die thermische Innerenergie, d.h. die Bewegungsenergie der Moleküle. Die chemische Innerenergie, d.h. die potenzielle Energie, die in den Bindungen der Moleküle steckt. Die nukleare Innerenergie, d.h. die Bewegungs- und die Bindungsenergie der Nukleonen in den Kernen. Die innere Energie ist im Allgemeinen eine Funktion der primären Zustandsvariable Druck, Temperatur und Volumen und ist eine Zustandsgröße. Eine zentrale Rolle wird vom ersten Absatz der Thermodynamik gespielt. Von grosser Bedeutung ist tatsächlich der Zusammenhang zwischen der Variation der inneren Energie und der Übertragungsformen der Energie. Die innere Energie U eines thermodynamischen Systems kann durch Austausch von Arbeit ΔW und von Wärme ΔQ verändert werden. Es gilt die Konvention. Positive ΔW und ΔQ bedeutet eine Vergrößerung der inneren Energie. Negative ΔW und ΔQ bedeutet eine Verringerung der inneren Energie. Da Wärme und Arbeit Übertragungsformen der Energie sind, steckt im System dann weder Arbeit noch Wärme. Es hat sich nur die innere Energie des Systems bei dieser Übertragung geändert. Als Anwendung des ersten Absatzes der Thermodynamik haben wir ausgewählte thermodynamischen Prozesse angeschaut, die dann auch später eine wichtige Rolle zur Behandlung der Wärmekraftmaschinen und Wärmepumpen spielen werden. Bei Isochorenprozessen kann sich das Volumen nicht ändern, also ΔW gleich Null. Bringt man den Topf mit einem Wärmebad mit der Temperatur TA grösser als TE in Kontakt, dann kann die Wärme ΔQ überströmen. Nach dem ersten Absatz der Thermodynamik folgt ΔU gleich ΔQ. Für ideale Gase hat die Zuführung von ΔQ eine Temperatureröung ΔT zur Folge, sodass die Variation der inneren Energie gleich der ausgetauschten Wärme ist. Die spezifische Wärme beim konstanten Volumen ist gleich 1 über Masse als Stoffmenge mal die Temperaturableitung der inneren Energie. CV ist hier nun mit Zustandsgrössen definiert. Bei isobaren Prozessen bleibt der Druck konstant. Die Variation der inneren Energie ist gleich Cp mal Anzahl Mol mal Variation der Temperatur minus Druck mal Variation des Volumens. Hier benutzt man Cp, weil der Druck konstant ist. Die letzte Gleichung lässt sich folgendermassen mit der Definition der Enthalpie H umformen. Die Enthalpie H gleich U plus P mal V ist eine neue Zustandsgröße. Die spezifische Wärme bei konstantem Druck erhält damit auch ihre endgültige Definition als 1 über Masse als Stoffmenge mal die Temperaturableitung der Enthalpie. Wir haben auch aus der Diskussion der isobaren Prozesse eine nützliche Formel eruiert, die die spezifische Wärme beim konstanten Druck und Volumen verbindet. Bei idealen Gasen ist die Differenz der molaren spezifischen Wärme für konstanten Druck und konstanten Volumen durch die allgemeine Gaskonstante gegeben. Dies gilt auch für reale Gase, wenn sie sich nur weit genug von ihrem Verflüssigungspunkt entfernt befinden. Bei isothermen Prozessen bleibt die Temperatur konstant. Für ein ideales Gas mit D-Konstant folgt P mal V auch gleich eine Konstant. Das heißt, Delta U gleich Null, weil eben Delta T auch gleich Null ist. Nach dem ersten Absatz der Thermodynamik folgt Delta Q minus Delta W. Die gesamte in das Gas hineinfließende Wärme wird in Arbeit verwandelt. Durch Integration erhält man die nötige Wärme, um eine Volumenänderung zwischen V1 und V2 zu ermöglichen. Bei adiabatischen Prozessen wird keine Wärme ausgetauscht. Eine thermische Isolierung sorgt dafür. Die ins System hineingesteckte Arbeit Delta W muss ganz in die innere Energie überführt werden. Umgekehrt kann alle nach außen abgegebene Arbeit nur aus dem Vorrat der innere Energie stammen. Das heißt, Delta U ist gleich Delta W, dem Delta Q gleich Null ist. Schließlich mit Gamma als adiabaten Exponent definiert als cp durch cv erhält man die berühmten Poisson-Gleichungen. Als Folge der adiabatischen Prozesse haben wir uns mit dem Joule-Thomson-Effekt auseinandergesetzt. Das unter hohem Druck P1 im linken Teilbehälter befindliche Gas wird von einem Kolben durch eine als Drosselstelle wirkende poröse Wand geschoben. Im rechten Gefäßteil sorgt ein Kolben für die Aufrechterhaltung des niedrigeren Drucks P2. Wir konnten feststellen, dass der Joule-Thomson-Prozess isentalbisch ist. Das heißt, Delta H gleich Null ist. Die Hauptthemen der nächsten Woche werden die Wärmekraftmaschine sowie die Wärmepumpen und die Einführung des Entropie-Konzeptes sein. Ich freue mich auf die nächsten Vorlesungen mit Ihnen.